Willkommen zurück, ich bin's Kira, aber diesmal alleine, ich wollte euch ein paar Sachen zu meinem, oder zu unserem Channel sagen, weil das ist gerade nicht hier, aber das macht ja nichts, also, auf unserem Channel wird, also, wie ihr seht, äh, zeige ich euch mal kurz, sind wir jetzt zur Zeit ganz viele Videos am hochladen, weil wir in letzter Zeit ziemlich wenig gemacht haben, Bakugans inzwischen fertig, und das hier ist, äh, ja, muss ich leider abbrechen, ach, was mache ich, äh, lösen, ähm, deswegen, und ja, wir haben uns dann 502 Videos, und ja, ähm, das Konto, ja, das kennt ihr bestimmt bereits 100,300 Abonnenten inzwischen, ich danke euch alle dafür, und dann möchte ich insbesondere Fornax grüßen, weil sie ab und zu mal Let's Plays mitmachen, mit kommentiert, ihr kennt sie mit Sicherheit, und, ähm, herzlichen Dank dafür, ich liebe dich Fornax, das wollte ich auch nochmal hier so sagen, vor der Ken, ähm, ja, dann möchte ich insbesondere einen Rehlo-Styler, ähm, begrüßen, weil er auch sehr, ja, auch sehr gut immer so, und so Videos sich anguckt, mit kommentiert, und alles, und, alles halt so macht, ne, also, danke, und, ja, das ist unser Channel, dann möchte ich mich noch bei Mittala bedanken, jetzt ist nur die Frage, wo steckst du, komm, Skype nicht mehr, und, du auch kommentierst kaum noch, und, was ist los? Und, ja, aber, da gibt's bestimmt viele Erklärungen, und dann möchte ich noch, ähm, Che Terra, 1, 2, 3, möchte ich mich auch nochmal bedanken, weil er auch immer gut unsere Videos guckt und so, und, was mich wundert, Hello Kitty ist ziemlich, äh, gut am Laufen eigentlich, also, das müssen wir echt mal weitermachen, und, wie was das nächste auf uns zukommt, wird, wird halt, ähm, Harry Potter 5 werden wir weit weitermachen, ähm, Popmokar 10 werden wir demnächst abschließen, Hello Kitty werden wir auch demnächst versuchen, abzuschließen, Naruto ist noch ein bisschen weithin, Zelda und Mario auch noch, aber, klappt schon noch, ähm, dann wollen wir als nächstes noch, ähm, äh, ja, Harry Potter 5, 6 und 7 beginnen, also, erst 5, dann 6, dann 7, also, 7 Teil 1, 7 Teil 2, und, Zelda Skyward Sword, zubald draus können wir das auch noch nicht playen, muss, ne, mhm, ja, normal, und, des Weiteren, wie haben wir denn schon, wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Schauen, ich hoffe, euch gefallen unsere Videos weiterhin, und, was ich euch noch zeigen wollte, warte, da seht ihr diesen Ordner, ich öffne mal hier, also, ich bin dabei, habe jetzt drei Parts, dauert noch was, Metroid Other M, den Film zu, let's, äh, zu zeigen, und, jetzt wollte ich euch mal ein kleines Intro dazu zeigen, selbstverständlich, und, das ist das Intro, das ich dazu gemacht habe, warte, ein bisschen zeige ich euch noch, ich sprung mal ein bisschen vor, ja, und, das wird euch erfahrt, noch, so, ne, die Bescheid wisst, Mario, warte, oder was ich euch mal, so, den Ordner, hier sind auch noch ein paar Folgen drin, werdet ihr auch noch mitkriegen, das geil werde ich natürlich wieder zugespannt, und, ja, das war's dann auch schon, und vor Nacht nochmal liebe Grüße, ich liebe dich, und, ähm, man sieht sich dann zu unseren nächsten Projekten, und, mach's gut, tschau,